Hi, wir kommen gerade vom Helfen und es ist echt arschkalt draußen gewesen, muss ich sagen. Und bevor wir das jetzt abspielen, wie wir den Leuten geholfen haben, muss ich dazu sagen, wir haben nicht wirklich viele Szenen zusammen bekommen, einfach aus dem Grund, weil viele uns nicht filmen lassen wollen, was verständlich ist. Und bei ganz vielen Fällen war es auch so, dass die auf uns zugelaufen kamen und so schnell konnten wir die gar nicht die Kamera rausholen. Und das ging nicht. Dann wollten wir nicht nochmal zurückrennen und sagen, können wir das nochmal aufnehmen? Weil das kommt ein bisschen doof rüber. Ja, auf jeden Fall nochmal Dankeschön an alle, die mitgemacht haben und die was gespendet haben. Die Leute haben sich so sehr gefreut und einer bleibt mir bis jetzt sogar noch ziemlich im Kopf. Und das war in der Sparkasse, Warschauerstraße, da habe ich jemandem was gegeben und der war echt sehr, sehr betrunken. Aber der hat sich so über die Sachen gefreut, die wir gegeben haben. Der ist total betrunken aus der Sparkasse raus, konnte kaum laufen, aber die Tüte, die wir ihm gegeben haben, die hatte er noch in der Hand. Und das war... Und die hat die ganze Zeit immer gesagt, Kochamtschirr, Kochamtschirr, also ich liebe dich, ne? Ja. Das ist voll... Ja, das war ein schönes Gefühl. Auf jeden Fall haben wir geholfen und... Es hat Spaß gemacht. Es hat Spaß gemacht. Danke, dass ihr mitgemacht habt. Und viel Spaß beim Gruppen. Wir sind jetzt fertig und wir gehen jetzt raus und tun etwas Gutes. Und das ist... People help the people And if you're homesick, give me your hand and I'll hold it People help the people Nothing will drag you down Oh, and if I had a brain Oh, and if I had a brain Henny, die fernste noch zu fern! Fertig? Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020